Herzlich komm zum neuen Video, fein klar. Heute spielen wir Glash of Glance. Und heute ist der liebe Let's Martins. Du kannst es nicht sehen, aber ist mega geil. Aber jub mich nicht. Ich sammle. Okay, ich mach mal meine Mauer ein bisschen reparieren. Zack. Ich hatte mal ein Video gehabt, wo sehr, sehr viel Geld hat gefendet worden. Ich wache mir mal Riesen nehmen. So, zack, 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 zack. Ich nehm mir überdrehen viele. Okay, Leute. Äh, es macht Rackte. Ob ich nicht so viel. Aber vielleicht kriege ich auch jetzt. Ah. Los, 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 los. Ich muss. Ah, okay. Äh, okay. Zack, zack, zack. Ah. Okay. Okay, okay. Okay, okay, Leute, wir sehen uns gleich, weil ich vor uns etwas müchtige Frage habe. Und so. Noch. Keine Ahnung, wie. Jeder, wie er ist. Was? Na klar. Na klar. Ja, Kronk. Ja, nicht schlimmer auf. Ja, nein. Außerdem Items. Ja, er hat ein Bad. Aber nichts gegen Items. Du bist immer noch geil. Ich gucke dich immer noch. Was? Das ist cool. Ja. Was? Items. Items break. Oh, was ist das? Schulte für zwei Stunden. Ja, super. Schulte für eine Woche. Ist nicht geil. Oh, ich hab was gemacht. Was? Was? Ich hab... Ich hab... Leute, wen ihr da? Ihr Zuschauer von mir seid. Ich bin in der Tat umsetzen worden. Wieso sie werden? Ich weiß nicht. Ich versuche, sie mehr aufzustecken. Ich weiß nicht, wie man sie gut hat. Ich bin alles dabei drin. Ja, Leute, ich will mir Bock drauf haben. Was ist sie denn bei dir? Vielleicht. Ja, vielleicht, ich kann es das auch machen. Wenn ihr... Wenn ihr Bock habt... Oh, ich hab ein... Ich hab 5 Prozent. Vielen. Puh. Puh. We Ari, ich muss den Laden, собственно. Schau mal in den Kommentaren, wie ich mich zum Beispiel verwendet habe. Bleib mal damit an, von uns. Du musst zeigen, was verbessert wird. Ge哇! Du musst zeigen. Schau mal! Du musst! Du musst danken. Gebracht. Was? Nice. Humble. Was? und Die Auch nicht, was wir? Wir sind so klein. Wir sind so klein. Wir stimmen es. Ohne? Ohne es sind wir jetzt gleich. Oh mein Gott, so gut! Ich hab die Tür nicht schon runter. Oh, ich will nicht so klein. Ja. Super, klar. Okay. Vielleicht mit IFA hab ich nicht so viel drin. Papa, Papa. Baba. Und ja, Leute, wenn ihr euch das Video gefallen habt, gebt einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich unterstützt, könnt ihr auch einen Kommentar. Auch abonnieren. Danke für die 16 Abonnenten. Wenn wir die 20, würde ich ein Abo special machen. Wir sehen uns bis nächstes Video. Tschüss.